So, liebe Freunde, mal ein kurzer Zwischenbericht aus Katar, aus dem Trainingslager des FC Bayern München hier in Doha. Und natürlich weltweit die Bayern-Fans auch hier in Katar. Sie kommen sogar aus Kuwait angereist, um hier den FC Bayern zu unterstützen. Das hier ist zum Beispiel, das ist Suleiman, my friend Suleiman. Assalamu alaikum. Hallo, wie geht's? Und der Fanktob aus Kuwait. Und damit ihr mal seht, wie sowas auf Arabisch klingt, bitteschön. Okay. Ja, naja, 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 naja Das ist doch cool, also. Sulaiman!